Hallo und herzlich willkommen in Mays Kochwelt. Heute machen wir ein weiteres Getränkrezept und zwar ein Kokosnuss Bananen Lassi. Was ist denn ein Lassi? Das ist nämlich ein sehr typisches indisches Geschenk, was zum größten Teil aus Joghurt und Früchten besteht. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. 100 Gramm Kokosnussmilch, 280 Gramm Magermilchjoghurt, eine sehr reiche Banane, das sind etwa 100 Gramm, einen Teelöffel Honig oder Agavendicksaft sowie 30 Gramm Wasser. Statt dem Wasser könnte man auch zwei Eiswürfel verwenden. Die Zubereitung ist wirklich sehr einfach, denn man nimmt alle Zutaten, die da sind und mixt diese 25 Sekunden auf der Stufe 10. Wenn es draußen wirklich sehr warm ist und weil sie nicht 30 Grad draußen sind, dann kann man natürlich auch Eiswürfel verwenden. Ich verwende jetzt einfach nur Wasser, denn so warm ist es heute nicht. Also alle Zutaten hinein, das Wasser, Kokosnussmilch, Joghurt, Honig, also man könnte auch Agavendicksaft nehmen. Ich habe jetzt Honig verwendet. Und als letztes noch die Banane. Diese sollte bitte reif sein, denn wenn die Banane grün ist, dann schmeckt es einfach nicht so lecker. Also 25 Sekunden und die Stufe 10 einschalten. Also wirklich sehr schnell und sehr einfach zuzubereiten. Falls euch das Rezept gefallen hat, könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen auf meinem Blog. Der Link dafür ist hier unten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Mary's Goff-Welt. Bis zum nächsten Mal.